Liverpool Mögliche Abgänge zum Durchklicken Bildergalerie FC Liverpool Diese Stars könnte Jürgen Klopp abgeben 26 Bilder Liverpool feiert seine Helden Das Team von Jürgen Klopp krönte sich durch einen 2-0-Sieg im Endspiel gegen Tottenham Hotspur zum Sieger der Champions League 2019. Der Jubel bei Trainer Jürgen Klopp und seinen Jungs über den Sieg in der europäischen Königsklasse war groß. Doch Klopp will mehr, jetzt haben wir etwas gewonnen. Und das ist erst der Anfang, jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeigestürmer Mohamed Zelle gehört zu den unumstrittenen Stars des Teams. Für einige seiner Mitspieler könnte aber der Abschied von der Enfield-Roth kurz bevorstehen. Sport 1 zeigt, wer Liverpool verlassen könnte. Let's block it's, why?